Sie sind überall! Bereits! Und los! Verstärkt die Deckung! Okay, hier ist gleich Achterbahn. Schlag sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! War auf dem Weg, Rune! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Ärzte, warum willst du sie umstehen? Feindlicher Angriff! Sofort! Schlagt sie zurück! Feinde in der Stadt! Sie sind in der Stadt! Einen haben wir hier drüben tot, aber sie polzen ziemlich gut durch die Verteidigung. Die wir zum Glück nicht mehr bringen. Feinde in der Stadt! Der Hörte! Helden hier rüber! Vorwärts! Wir wieder in die andere Richtung. Wir machen dort weiter. Feinde in der Stadt! Los, 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 los! Bewegung, Bewegung, Bewegung! Sofort! Auf meinem Befehl! Mir nach! Und wir können auch wieder... Äh, was haben wir verloren? Einen Werfer! Fünf Schleudere! Haut ab! Unsere Schwerpläte angegriffen! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Stehe bereit! Wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! So, da haben wir das erstmal geregelt. Höh! Sollten unsere Truppen aufstocken? Noch fünf Champions... Könnte ich schaden. Wobei, ich mach mal wirklich noch ein paar Pappen ran. Hm. Nee. Na doch. Ich hab ja hoffentlich das Upgrade. Ja, hab ich. Aber für irgendwas muss das Leben ja, was ich da die ganze Zeit sammle, ja auch gut sein. Und ja, entweder hier oder ein Stück weiter unten. Ach. Oh. Ich hab ja noch ein paar Pappen, ja auch gut sein, ja auch gut sein, ja auch gut sein, ja auch gut sein. Zu den Waffen! Zu, die befohlen! Darf ich töten! So. Was ist? Auf mein Schleiche! Sofort! Hier jetzt am besten noch einmal speichern. Wir haben nämlich die Eisernen hier, die Dinger losge... Sind losgeworden? Nee. Deutsch. So. Vorsicht! Ich wollen weggehen! Achtung! Bereits! Folgt mir! Für die Freiheit! Erwaschen! So, hier sehe ich nichts Helles beleuchten, dass wir eine Truhe oder so übersehen haben. Ich sehe die Truhe. Das ist die Gemeinde-Tour. Was ist passiert? Für die Rune! Was ist auch gut? Was wollen die? Ich will erst Waffen loswerden. Leicht! Zeit zu sterben! Bingo! Vorwärts! Folgt mir! Ach, jede Menge Augenaffen noch. Zum Angreif! Das Gute ist, wir kommen voran. Achtung! Wo ist meine Keule? Auf mein Zeichen! Sofort! Für die Rune! Wir sollen weggehen! Zurück mit euch! Sofort! Schnell! Schnell! Und los! In die Schlacht! Verteidigt euch! Ach, war schön! So, wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch das Lager-Down. Was wollen die... Was wollen die... Marsch-Art-Ange? Oder! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Hier sofort! Ups. Ups. Achtung! So, wir sind in der Reichweite des Turms. Was wollen die? Was wollen die? Kämpft! Verschwindet! Verschwindet! Verteidigt euch! Vorsicht! Verteidigt euch! Okay. Wo kommen die her? Ja, Erfahrungspunkte erhalten, die mir nichts mehr bringen. Auf meinem Befehl! Folgt mir! Folgt mir! Sofort! Geht's mir aus! Geht's mir aus? Achtung! Auf mein Zeichen! Sofort! Sofort! Und los! Ich glaub, wir räumen dann erst da oben auf und gehen dann da runter. Ja, könnt mich nicht besiegen! Wir sollen weggehen! Zeit zu sterben! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Vorwärts! Vorwärts! Sofort! Und los! Hm. Was? Wie? War's so schön! Noch mehr Augenaffen! Noch mehr Augenaffen! Das heißt, noch mehr Hypnose! Oder ich geh einfach hier rum und da runter. Oder da runter und da runter und da runter. Alles dreht sich hier im Kreis. Schnell! Irgendwie werd ich's ja hinkriegen. Gebt jetzt nur noch einen Stein und dann die Blockade. Zeit zu sterben! Vorher die Festung oder die Schmiede der Eisner. Schnell! Zum Angreif! Folgt mir! Das heißt, wir gehen noch bis zu der Kreuzung hier oben. So schön! Verteidigt euch! Wo kommen die her? Wo ist meine Keule? Ja, Meisterschützen und Templer. Na? Hier! Für die Rune! Was nimmt da hinten aber auch nicht ab? Was wollen die? Wo kommen die her? Was denn? Von mir aus! Sie sollen weggehen! Von mir aus! Auf meine Zeichen! Sofort! Was wollen die? Den Champion werde ich verlieren. Was zur... Warum sind da drüben Templer? Alles klar! Gut! Ich speichere jetzt erst einmal. Machen wir das ganze Chaos in der nächsten Folge. Ah, die Web ist stressig. Ganz ehrlich. Okay. Also erstmal ein Cut. Bis gleich!